Back in the car. First video, you know what I'm saying? What's up, friends? It's your boy Eric. Und das ist die Creator Show. In diesem Video möchte ich euch so einfach zeigen, wie mein beruflicher Alltag aussieht. Dass ihr mal seht, was so abgeht. Und vor allem, dass ich so selbst das auch mal dokumentieren kann. Weil das ist für einen selbst... Ich hab das letzte Mal in der Instagram Story so hochgeladen. Das ist für einen gar nicht so greifbar, was man alles erlebt. Navigiere zur Arbeit. Moin, was geht? Sorry. Back home. Back in the kitchen. Kannst du mal in Kurzform sagen, wie du dein Business aufgebaut hast? Wie hab ich mein Business aufgebaut, Digga? Mein Business skaliert. Mitarbeiter, 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 Vertrieb, Sales, Marketing. Verkauf, Verkauf, skalieren. Für mich fühlt sich immer noch so an, als ob ich so gerade erst anfange. Und ich bin... Schauen wir mal, ob Max schon da ist. What's up everybody. Nice to meet you. Klassischer Morgen hier im Büro. Erstmal in den Rührer reinklatschen, wenn ich's da... Klassischer Morgen, 11. Softbox steht. DJI Mic Setup. Game Changer. Wir kommen zu dem absoluten Highlight für mich. Die Lichtsetzung. 1-Click. 1-Click. 1-Aus. 1-Aus. Uuuuh. Cut! Das ist der letzte Shot. Drehschluss. Jetzt werden alle wieder versorgt. Soll ich euch mal unsere Speichersituation zeigen? Ja, zeig mal. Das hier ist das Setup von Leonardo Agras. Hier wird die ganze Magic gemacht. Der beste Cutter Deutschlands. Ja. Uuuuh. Das hier, neben den Speicherkarten, ist ungefähr 50% von unseren 4TB SunDisk SSDs. 50? Habt ihr 10 Stück jetzt? Wir haben 8, glaub ich. Und das hier ist unser neuer, da wirst du bestimmt auch was zu sagen. Unser 8-Bay QNAP-Mass. Das ist so unendlich geil. Also ich weiß, es tut übels weh Geld für Speicherplatz auszugeben. Und ich hab mich lange dagegen gestreut, aber dieses Ding ist so unendlich geil. Wie viel Terabyte hat der? 96, glaub ich. Aber dann halt irgendwie so, Leo hat den in Ray geschaltet. Uuuuh. Und dann sind alle, ich glaub wir haben so 40 Terabyte wirklich nutzbar. Ja. Und wie viel schon wieder voll? 30. It's a new day, it's a new life. Ich bin fucking hyped. Aber bevor wir weitermachen, muss ich erstmal die Frage beantworten. Warum die Creator Show? Ihr müsst erstmal checken so. Das wird jetzt kein so Vlog-Kanal. Irgendwie so BTS, Halle 2, hinter den Kulissen bei Max und so. Ich möchte safe auch eigenständigen Content produzieren. Für euch und für die Leute, die mir immer schreiben. Ey, wie bist du da hingekommen? So wie bist du dazugekommen überhaupt sowas zu machen? Die Leute, die auch anfangen wollen mit der Kamera irgendwie was zu starten. Egal ob für Kunden oder für sich selbst. Ich will mit verschiedensten Creatoren aus der Szene sprechen. So wie bist du an diesen Weg gekommen? Was waren deine ersten Schritte? Und so weiter. Ich möchte einfach Value schaffen für diesen ganz neuen Beruf, der in den letzten Jahren entstanden ist. Content Creator sein, Influencer sein. Für Kunden auch zu arbeiten als Freelancer oder als Produktionsfirma, wie jetzt in meinem Fall. Ich will die Journey auf jeden Fall einfach mit euch teilen. Ich hoffe ihr habt auch Bock. Falls ihr Bock habt, könnt ihr jetzt einmal den Kanal abonnieren. Die Creator Show. Und da wird noch einiges auf euch zukommen. Ein Video die Woche habe ich geplant. Ich meine mit Max produzieren wir ja jetzt zusammen seit anderthalb Jahren zwei Videos die Woche. Dann sollte ich es auf jeden Fall schaffen, ein Video die Woche hochzuladen. Und da ihr jetzt wisst, warum es die Creator Show heißt, können wir jetzt in den Tag starten. Ah! Unter 10 Euro pro Person. Unglaublich leckeres Menü. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Deshalb Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Cut! Was hast du für einen Job? Erik. Perfekt für Fitness. Ja? Das schaust du direkt bei 1. Nein! Darf ich euch vorstellen, den einzig wahren Johnny. Hallo. What's poppin' Bro? Und ist das deine neue FX3? Das ist die neue FX3. Und ist das ein 163528? Ich wollte mir meine Leihgaben zurückholen. Und komm! Es ist ein neuer Tag. Sunshine outside! Es ist verrückt, wie viel Kraft die Sonne mir immer gibt morgens. Heute ist ein entspannter Tag eigentlich. Die letzten zwei Tage war ja full mit Dreh und Schnitt und alles gleichzeitig. hier noch hin, da noch hin. Freitagabend. Ich habe ein paar Sachen dabei. See this beauty! Einer meiner größten Träume, der in Erfüllung ging, Alter. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich irgendwann so ein geistkranks Auto fahren werde. No joke. Thank you, Lord. Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. 808 Studio. Studio 808, Alter. Sorry. Sorry. Kommt aufs Gleiche raus. Ob so oder so, Alter. Wir haben hier eine Truhe mit Getränken. Ist alles noch ganz frisch. Ich bin echt im Arsch gerade, Alter. Ist cool für dich, wenn man dich sieht? Safe, safe. Ja? Boah, so eine schöne Akustik hätte ich auch gerne bei mir. Also Freunde, Studio ist jetzt Shooting bereit. Ich werde jetzt von hier schön Fotos machen. Das Licht haben wir komplett selbst gesetzt. Also eigentlich hier im Studio ist ein etwas anderes Licht. Machen wir jetzt hier oben so kleine. So von Aperture MT Pro heißen die. Hier hinter die sind alle magnetisch. Richtig geile Szenerie einfach hier drin. Durch das Licht da drüber wird dieser Bereich richtig geil. So eine Szene gesetzt, ein Fokus gesetzt. Shoot. Studio-Vibes. Cooking up. Ja, so 18, 19 habe ich angefangen mit Club-Videos, ne? Also so mit hier für Veranstaltungen und so'n Shit. Da war, glaube ich, 1200er ISO schon extrem hoch. Das hat gerauscht, Alter. Junge, das macht mein iPhone besser, ne? Mhm. Krank. Und jetzt drehst du auf 12, 8. 12.800. Und das ist jetzt S-Log3, Leute. Nur ganz kurz das hier als Log-Profil. Ich bilde euch das jetzt einmal ein, wie es eigentlich aussieht. Und jetzt wieder mit LUT. Krank. Was soll ich hier sagen, Alter? Ich meine, muss ja auch, ne? Ja. Jetzt muss das Ding eigentlich noch kochen dazu, Alter. Muss noch lecker sein. Plus, keine Ahnung, muss ich noch von A nach B fahren. Butter. Hallo. Three eggs. Diese Perspektive ist auch extrem gut. Ich sollte jedes Video so einfach filmen. Eri. Ich mag mich, dass er immer anzeigt, dass er aufnimmt. Das entlarvt dich. Ja? Dann könnt ihr nicht mehr undercover filmen. Aber ich glaube, so sieht es immer aus, als würdest du aufnehmen. Welcome to my channel. Today is the last day of the vlog. Live of a creator. Wir drehen heute wieder. Auf jeden Fall, zum Ende des Videos habe ich noch eine Frage an euch. Okay. Was sind eure Erwartungen an die Creator Show? Wenn ich so eine Mission formulieren müsste. Ja. Deutschsprachigen Videocontent besser machen. So checkst du somit das Handwerkszeug an die Hand geben. Oh, noch eine Sekunde, um da auch so einen schlauen Satz zu formulieren. Ich habe eine Frage an dich. Das ist jetzt das Ende des Videos. Und ich frage alle so, was so deren Erwartungen jetzt von der Creator Show sind. Guter Content. Fertig? Ich bin fertig. Was sind deine Erwartungen jetzt? Ähm, zu zeigen, wie man so qualitativ hochwertige Videos macht. Und ein bisschen hinter den Kulissen hier zeigen. So, was sind deine Erwartungen? Was erwartest du dir von der Creator Show? Ich erwarte mir, dass du Interviews führst mit führenden Creatoren aus Deutschland. Und sie knifflige Fragen stellst. Weißt du, das ist hier so facettenreich, YouTube Deutschland. Dass du da wirklich unendlich Themen hast, die glaube ich auch alle möglichen Leute interessieren. Danke dafür. Das war das Ende dieses Vlogs. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch vielleicht von der Creator Show erwarten würdet. Welche Ideen ihr sofort habt. Welche Ideen euch in den Kopf springen. Schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, unterstützt mich gerne bei diesem Projekt mit einem Abonnement kostenlos. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zaun. I Fin. Turnts mochte – es im Laptive. Es gab esẳng eine Massache. ọi